Eine riesige Hitze-Glocke liegt am Freitag einmal über Westeuropa, von Spanien über Frankreich bis zu den britischen Inseln. Wir sehen hier die Temperaturabweichung in 1500 Metern Höhe, zum Teil 10 bis 15 Grad zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Und genau diese Hitze-Glocke zieht zum Samstag und zum Sonntag weiter Richtung Deutschland und bringt uns hier zum Teil Höchsttemperaturen von 35 Grad und mehr. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Was passiert dann ab dem Wochenende? Kommt der große Absturz zum Montag? Das schauen wir uns hier in diesem Wettervideo an. Zunächst mal der Blick auf die Wetterkarte vom heutigen Mittwoch und das Hoch David bringt uns heute viel Sonnenschein und die Hitze kommt ganz langsam hier von Spanien Richtung Frankreich gezogen. Und auch in Frankreich bekommen wir in den nächsten Tagen Spitzentemperaturen um 39 bis knapp 42 Grad. Wir schauen auf den Luftmassenströmungsfilm mit den Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und da sehen wir, wie dieser Wärmebatzen sich langsam von Spanien, Portugal nach Frankreich fortbewegt und dann langsam auch Kurs nimmt hier auf Westdeutschland und Süddeutschland. Und auch hier bei uns wird es also zum Wochenende deutlich wärmer werden. Zunächst der Blick auf das Wetter am heutigen Mittwochnachmittag überwiegend freundlich. Viel Sonnenschein, Temperaturen im Norden so 21 bis 25 Grad, sonst 26 bis 32 Grad. Zum Nachmittag hier vom südlichen Baden-Württemberg bis in den Süden von Bayern einzeln zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Da kann es auch mal Platzregen geben, Sturmböen oder kleinkörnigen Hagel. Wie geht es in der Nacht weiter? Nur noch einzelne Schauer und Gewitter gibt es hier teilweise im Süden von Bayern. Ansonsten lockern die Wolken mal auf. Es wird eine sehr warme Nacht werden. Die Temperaturen gehen bis morgen früh auf 18 bis 10 Grad zurück. Morgen ist ja dann in einigen Landesteilen ein Feiertag von Leichnam. Insgesamt sehr viel Sonnenschein. Später zum Nachmittag neue Schauer und Gewitter hier in den südlichen Landesteilen von Baden-Württemberg und von Bayern. Es wird heiß teilweise bis zu 31 oder 32 Grad im Südwesten, sonst Temperaturen 24 bis knapp 30 Grad. Der Freitag weiterhin viel Sonnenschein, sommerlich warm 24 bis 32 Grad. Und dann schwappt die Hitze von Frankreich und Benelux zu uns rein. Und der Samstag wird dann richtig heiß. Wir werden zum Teil extreme Hitze mit Temperaturen bis zu 38 Grad im Westen und im Süden des Landes. Ansonsten 26 bis 33 Grad. Dazu viel Sonnenschein. Später zum Abend aus Südwesten erste Wärme und auch Hitzegewitter. Auch der Sonntag wird sehr heiß ausfallen. Vor allen Dingen hier im Osten. Da können nochmal 38 oder auch 39 Grad erreicht werden. Ob die 40 Grad Marke fallen wird, ist immer noch unsicher, aber auch unerheblich. Denn so oder so, es ist eine sehr große extreme Hitze für die aktuelle Jahreszeit. Temperaturen von 40 Grad hat es in einem Juni seit 1881 bei uns in Deutschland noch nie gegeben. Später hier aus Westen und Nordwesten zum Teil kräftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Was Montag, Dienstag passiert, steht immer noch so ein bisschen in den meteorologischen Sternen. Wir wissen es nicht, wie schnell kommt die Abkühlung voran. Wir sehen am Montag Temperaturen 22 bis 32 Grad, aber immer noch einzelne Gewitter, die vorüberziehen. Und die können gerade im Süden nochmal richtig heftig ausfallen. Und auch der Dienstag insgesamt wieder freundlicher, immer noch sommerlich warm bei 24 bis 30 Grad. Aber wie gesagt, am Montag und Dienstag gibt es noch die größten Modellunterschiede. Wie kühl wird es werden? Werden es nochmal 30 Grad? Ein anderes Modell sagt, nee, es bleibt kühl unter 20 Grad hier im Norden. Da ist also das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das behalten wir natürlich im Auge. Wir schauen mal auf die bisherige Monatsbilanz vom Monat Juni bis einschließlich zum 14. Juni hat der Monat eine mittlere Temperatur von 16,4 Grad. Ist rund 2 Grad wärmer als das Klimamittel. Bisher gab es 26 Liter Regen pro Quadratmeter. Damit ist das Monatssoll zu 28 Prozent erfüllt. Wir hatten aber schon 118 Sonnenstunden. Und damit ist das Sonnenscheinsoll jetzt schon zu 58 Prozent erfüllt. Ja und diese Wärme und Hitze, die erstreckt sich am Samstag einmal hier von Spanien über Frankreich an Südengland vorbei, bis nach Belgien, Luxemburg, Holland, bis nach Deutschland rein. Und hier bei uns im Südwesten wird es am Samstag am heißesten werden. 37 oder 38 Grad in der Spitze. Und zum Sonntag verschiebt sich der Hitzepol dann langsam nach Ostdeutschland. Ein kurzer Modellvergleich mit den Frühmodellen. Wir schauen auf den Samstag, hier das amerikanische Wettermodell. Die Luftmassentemperatur teilweise bis zu 20 Grad hier im Südwesten und im Süden des Landes. Zum Vergleich mal der Blick auf das europäische Wettermodell. Das sieht noch relativ ähnlich aus. Zumindest am Samstag ziemlich unisono. Beide die gleiche Ansicht. Aber dann zum Sonntag gibt es schon die ersten Unterschiede. Hier die Prognose der Amerikaner für Sonntagnachmittag. Und wir sehen immer noch die höchsten Temperaturen hier teilweise im Süden. Aber auch hier im Osten des Landes bis zu 22 Grad in 1500 Metern Höhe. Und das könnte hier 38 bis knapp 40 Grad bringen. Aber hier aus Nordwesten, da drücken die kalten Luftmassen schon rein. Bis nach Hamburg-Bremen. Zum Vergleich jetzt der Blick zur gleichen Uhrzeit. Und zwar vom europäischen Wettermodell. Und wir sehen hier am Sonntag, da kommen die kalten Luftmassen nicht so stark nach Nordwesten voran. Da bleiben sie eher hier auf der Nordsee irgendwo hängen. Und auch hier im Südosten und Osten am wärmsten Temperaturen. Hier 22 bis teilweise 24 Grad in 1500 Metern Höhe. Also noch ein bisschen wärmer als bei den Amerikanern. Und jetzt der spannende Blick auf den Montag. Da gibt es noch die größten Unterschiede. Das ist die Prognose vom amerikanischen Wettermodell. Die Warmluft komplett ausgeräumt in der Höhe. In 1500 Metern gerade mal 5, 6, 7 Grad nur noch. Das heißt auch unten am Erdboden noch knapp über 20 Grad wären da möglich. Und jetzt zum Vergleich der Blick auf das europäische Wettermodell. Auch für Montag. Und wir sehen, es sieht dann doch anders aus. Im Norden zwar kühler, aber in der Mitte und im Süden des Landes immer noch sehr hohe Temperaturen. Im äußersten Süden bis zu 21 Grad in 1500 Metern Höhe. Das würde hier nochmal für 35, 36 Grad reichen unten am Erdboden. Wir sehen aber, es ist unsicher, was da genau passiert am Montag. Es gibt immer noch zu große Modellunterschiede. Wir müssen uns noch etwas gedulden. Die Regensummen bis nächsten Samstag, der 25. Juni mittlerweile, also in 10 Tagen nach dem europäischen Wettermodell, verschwinden gering, teilweise hier im Osten, aber auch hier in der Mitte gerade mal 4, 5 Liter Regen pro Quadratmeter. Drumherum ein bisschen mehr. Es sind aber meist nur die bekannten Schauer und Gewitter. Der große Landregen ist weiterhin nicht in Sicht. Deswegen, es könnte ziemlich trocken im Juni weitergehen. Wir schauen auf die Ensemble-Prognose für Norddeutschland. Die zeigt uns hier diesen Wärmeberg Richtung Wochenende. Geht es nach unten, aber wir bleiben meist entlang des Klimamittels, aber trocken bis zum 19. 20. Juni. Wir schauen nach Ostdeutschland, hier auf die 2-Meter-Temperatur. Wir sehen die großen Unterschiede in der Prognose. Das Mittel mittlerweile über 30 Grad, Ausreißer fast bei 40 Grad, aber dann später das Mittel um die 25 Grad, aber einzelne Ausreißer bei 35 Grad und mehr. Da ist noch viel Unsicherheit mit im Spiel. Und auch im Osten gilt trocken bis zum 20. 21. Juni. Erst dann wieder leichte Niederschlagssignale. Wir schauen nach Süddeutschland, auch hier bis zum 1. Juli mittlerweile schon. Auch hier wird es heiß, 30 Grad im Mittel am Wochenende, dann ein bisschen kühler. Die Temperaturen meist um 20 bis 25 Grad im Mittel, aber einzelne Ausreißer bei 30 Grad. Und Regen ist dann hier frühestens kräftiger ab 20. 21. Juni zu erwarten. Und wir gucken mal genauer hin. Das hier ist eine Höhenlage von 1180 Metern knapp. Und da sehen wir Temperaturen um die 20 Grad. Also einen Wintereinbruch wird es auch nicht geben in den höheren Lagen. Es bleibt einfach zu warm in der Höhe. Und wir schauen noch nach Westdeutschland. Hier auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Die bleibt lange Zeit über dem Klimamittel drüber, mindestens bis zum 22. Juni. Und auch erst dann gibt es nennenswerte Niederschlagssignale. Und zum Schluss noch der Blick auf die Landesmitte, hier auf die 2 Meter Temperatur. Da geht es rauf auf 30 Grad plus X in der Spitze, teilweise 36 Grad. Dann ein bisschen runter auf 25 Grad. Aber wir sehen hier weiterhin Ausreißer bei bis zu 35 Grad. Einer knapp 40 Grad. Da ist also auch noch eine große Unsicherheit mit dabei bis zum 1. Juli. Und trocken geht es auch in der Mitte weiter, mindestens bis zum 20. Juni, 21. Juni. Erst dann kann es wieder nennenswerte Niederschlagssignale geben. Es geht also sehr spannend weiter. Wann geht die Hitze? Wir halten euch hier auf dem Laufenden. Tschüss, bis zum nächsten Wetter.